Hey Freunde, wir testen heute die Bloody Mary. Sie wurde 2022 gekauft im Kaufland für 4,44 Euro. Und ich wollte einfach mal schauen, ob die Bloody Mary immer noch das ist, was sie damals versprochen hat. Bloody mit einer Mary. Also Freunde, wir gehen gleich mal raus zur Zündung. Vorne fällt noch zu sagen, die Batterie hat 125 Gramm NEM aktuell. Es kann ja immer mal über die Jahre passieren, dass die NEM-Anzahl gedrosselt wird oder erhöht wird, je nachdem. Und da würde ich sagen, schauen wir uns die draußen mal, ob die immer noch so gut ist und ihr Geld wert ist. Also Freunde, bis gleich draußen zur Zündung. So Freunde, dann haben wir hier nochmal eine schöne Bloody Mary. Schauen wir uns mal an, was die noch so drauf hat aus dem Kaufland. Schauen wir mal, was du aus dem Kaufland sch apresentest. Schauen wir uns mal, was du zündungsミischen Scheinen gab es. Schauen wir uns mal, was du vielleicht schaust. Schauen wir uns mal, was du eigentlich nicht machen? Schauen wir uns kommen, was du zwar noch, was du hast? Und da ist ans sage, was du warst呢? komische schussfolge muss ich sagen aber ansonsten immer noch top für den preis